Der Hukage der dritten Generation Der Hukage der dritten Generation Der Hukage der dritten Generation Das ist los wie der dort dritten Halle Ehe, Erosen, ob es gibt Ich glaube, es ist das so. Ich glaube, es wird bald beginnen. Aber es ist schwierig, wenn ich mich nicht mehr so mache. Aber es ist schwierig, wenn ich mich nicht mehr so mache. Ich glaube, dass du nicht so gut bist. Erneut ein Kampf gegen Jiraiya. Mal schauen, wie wir uns anstellen werden. Ja. Ja. Oh, wir haben den Trainingsplatz so ein bisschen geändert. Da gibt es keinen Ast mehr, wo man sich drunter stellen kann oder hinstellen kann. Beide Reden von Stufe 1, also können wir das YouTube nicht anwenden. Das ging über deine Senseis, das ging ja gar nicht. Oh, das geht ja gar nicht. Das YouTube des Verkaufsgeistes lernt Naruto übrigens von Jiraiya. 492, bitte, das kann sich doch sehen lassen. Sehr gut. Also, Naruto können wir schon mal verbessern. Sehr schön. Wunderbar. Das ist ein ganzes Problem. Ja, das ist so. Also, das ist so. Also, das ist so. Jetzt ist es, was wir? Das Körper ist ja nicht so. Das ist ein wichtiges Geheimnis. Das ist klar. Obla, Entschuldigung. Was war das denn? Mann. Ich krieg Schluck auf. Oh, die Musik dabei ist schön. Was war das denn? Ich kriege sie. Ich kriege sie. Los! Oh, das ist ihr. Was ist denn? Mein ... Kleiner Bruder. Es kommt zum Bruder-Duell. Okay. Itachi Uchiha gegen Sasuke Uchiha. Oder Uchiha, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, wir sollen kämpfen, bis die Zeit abgelaufen ist mit mindestens 30% Lebensenergie. Unser Gegner hat eine hohe Geschwindigkeit und eine hohe Verteidigung. Welche Überraschung. Aber keinen hohen Angriff. Also es scheint, dass sie sich auf nicht mehr als vier Sachen festlegen können. Ich kriege gleich schon mal auf die Fresse zu beginnen. Das ist wirklich sehr nett von Itachi. Dass er mir gleich zu Anfang eine reinhaut. Lustig wäre sie aber nicht im Besiegel würde. Das wäre echt ein bisschen lustig. Was ich ja sagen muss. Ich habe echt das Gefühl, dass Jutsu des Tausches wie hier wesentlich besser hin als im ersten Teil. Im ersten Teil war es echt eine Katastrophe. Aber bei dir zieht das nicht gut hin. Bisher. Ich darf ja. Wasmercepped. Was if ich nicht mehr? Ich darf dich nicht mehrlande nutzen. Ich darf es euch nicht mehrmals 말 вами haben. Ich darf euch nicht mehraled. Tem euch jetzt Dieses debaten. Ich darf nicht mehr werden. Glück ab. Der wäre mit mir Schlitten gefahren, glaube ich. Boah, das ist ein Gegner, ey. Boah. Geil, alles geschafft. 150 Punkte. Also Sasuke können wir jetzt schon zweimal verbessern. Das ist, äh, jo. Oh. Ahem. Tsukuyomi! Sasuke! Na gut, dann... ...dann ich den Kind der Kyubi... Ich kann das nicht mehr so gut machen, oder? Itachi-San. Ja, der Mann ist schlecht. Lass ihn. Das war's für heute. Wen wunder's. Das ist das mächtigste Genjutsu, das es gibt. Auf Sharingan-Basis. Also, mhm. Man muss sich vorstellen, in der Shinobi-Welt ist es so, dass die Ausbildung zu einem Sanitäter schwerer ist, als die zu einem kämpfenden Shinobi. Natürlich speichern. Mal sehen, wie wir weiter voranschreiten werden. Mal sehen. Links sehen wir sie, Tsunade, die Blonde. Und links neben ihr, das ist ihre Assistentin. Und ich glaube, die Nichte von ihrem damaligen Mann bzw. Freund, Shisone. In der deutschen Synchro hat sie übrigens die Stimme, die auch die Tigerin hat. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein wenigstens, was ich habe, dass ich diese Hand zu retten habe. Ich will mich, dass ich diese Hand zu retten habe. Was? Wenn du dich lieben will, dass du dich lieben, dass du dich lieben. Wenn du dich entschieden hast, dann kommst du nach dem Weg nach dem Weg nach dem Weg. Du hast du viele Fragen für dich, Ich freue mich, Tsunade. Tsunade. Und... Ich freue mich, Tsunade. Es ist schon immer noch... Ich freue mich, Tsunade. Ich freue mich. Naja, ich freue mich. Das war's für heute. Ich werde dich in deinem Kampfer beitragen, oder? Halt! Okay, ich werde den Kampfer beitragen. Du bist gut, oder? Oh, mein Gott. Und, und, was ist das nächste? Hm, das nächste? Das ist ein bisschen schwieriger. Kannst du es gut beitragen, oder? Okay, dann geht's! als vorhin noch.